Hallo und willkommen zu diesem Review. Heute mit einem Selbstwickelverdampfer von VapeFly. Der Albrecht 2, 4ml Tankinhalt und 23mm im Durchmesser. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Ja, schauen wir mal in die Verpackung vom Albrecht 2. Was und so alles mitkommt. Ja, als erstes sehen wir hier den Verdampfer und noch ein Ersatzglas, was mitgeliefert wird. Und wir schauen mal, was sich noch darunter verbirgt. Ja, es kommt noch mit eine Bedienungsanleitung, eine Warranty Card. Ja, ein wenig Watte und Coils sind auch noch dabei in zweifacher Ausführung. Dann haben wir hier noch Dichtringe ohne Ende und ein paar Ersatzschrauben und die Airflow Pins, die wir gleich nochmal von der Nähe zeigen und dieses kleine Tool. Ja, dabei haben wir eine NI80 Coil, 2,5mm im Durchmesser, 1 Ohm soll rauskommen, 27 Gage. Und dann nochmal ein wenig Watte. Und dann haben wir hier eine Kantal A1 Coil im Durchmesser von 2,5mm. Auch 1 Ohm soll rauskommen und in 26 Gage. Ein kurzer Blick in die Anleitung. Hier sehen wir die ganzen Maße. Wir haben hier einen Durchmesser von 23mm und 59,65mm in der Höhe. Ja, 4ml haben wir schon erwähnt und da stehen nochmal die Farben, die es so gibt. Und dann hier nochmal eine Zeichnung, wie es alles sich der Verdampfer zusammensetzt. Hier nochmal kurz aufgeführt, wie man den öffnet, befüllt und wieder schließt. Und wie man hier die Luftdüsen quasi hier einsetzt und in den verschiedenen Größen. In 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,8 und 2,0. Ja, hier haben wir die ganzen verschiedenen Luftdüsen. Ja, die Maße habe ich euch gerade genannt. Wir schauen mal kurz. Hier an der Seite ist nochmal ganz schwach drauf gelasert. Ja, die Stärke hier, die 1,2er. Daran könnt ihr erkennen, wenn ihr denn eine Lupe habt, was die Düsen für eine Beschriftung haben. Ja, schauen wir uns mal den Alberich 2 an. Ich drehe ihn mal hier so in die Runde. Ihr seht schon gleich hier haben wir eine Beschriftung oben drauf. Alberich 2. Und hier unten nochmal so ein kleines Logo, also das A von Alberich. Na, wir haben hier oben alles schon gerendelt an der Top Cap. Kann man also hier gut fassen. Und hier sind die Airflow-Öffnungen. Also nicht zu verstellen, mit keinem Airflow-Ring. Das ist so jetzt hier fix. Wir machen das alles über die Luftdüse innen drin. Ja, hier der 4-Milliliter-Tank. Hier oben haben wir noch ein paar kleine Einfräsungen, damit es ein bisschen optisch aufwertet. Hier unten haben wir es schon ein bisschen gerendelt. Ein bisschen griffiger, um die Base abzuschrauben. Und ja, von unten haben wir hier Plus-Pulpin und dann das E-Zeichen-Mülltonnel, wie immer. Eine, ja, Alberich-Schriftzug hier unten. Und dann nochmal eine Seriennummer, die dann bei mir noch Null ist, weil das hier ein Verdampfer zum Testen ist. Und da gibt es noch keine richtige feste Seriennummer. Ja, hier oben in der Top-Cap haben wir eine große Rille, um das optisch ein wenig zu verändern. Ist jetzt nicht so schmal, man kann da so gut mal mit dem Lappen durchgehen. Also nicht so ein großer Schmutzfänger, das geht ganz gut. Ja, das Drip-Tip ist hier gehalten mit zwei O-Ringen auf dem Drip-Tip. Könnt ihr auch hier dieses anderes Drip-Tip 15er hier verwenden. Denn die Top-Cap können wir hier mit einem Bajonett-Verschluss, Kurzumdrehung und dann abziehen. Dann seht ihr hier drin, haben wir hier oben einen, ja, so einen Silikondichtring. Und hier unten an der Stelle haben wir einen kleinen schwarzen O-Ring an dem Bajonett. Ja, hier drin haben wir dann auch wieder so einen Dichtring liegen, so einen großen. Den könnt ihr rein theoretisch rausnehmen. Es funktioniert auch ohne. Habe ich auch mal ein, zwei Tage ohne gedampft. Ist auch nicht ausgelaufen oder sowas. Also, beziehungsweise auslaufen kann er ja nicht, weil die Luft oben ist, aber, sagen wir mal, das Deck flutet oder so. Hält das alles stand, weil hier oben ja ein Dichtring ist. Ist natürlich so ganz praktisch. Man hat nicht so viel Geschlabber, ne, wenn er mal auf der Seite liegt. Dann duscht das nicht so viel Liquid oben an den Deckel. Das heißt, ja, es hält das auch noch ein bisschen sauber. Ja, um die Base hier zu öffnen, drehen wir hier unten an dem, ja, bisschen gerendelten oder griffigen Teil. Wir können das hier aufdrehen mit ein paar Gewindelgänge. Und dann kriegen wir das hier alles ab. Manchmal bleibt das Glas hier oben hängen, bei mir bleibt es jetzt hier unten hängen. Dann können wir ja reinschauen in die Glocke quasi oder in die Kammer. Ja, da sehen wir hier so eine Vertiefung. Und da greift dann das Deck hier, hier oben mit dem Pfosten, wo die Airflow reinkommt, greift er da rein. Und da oben an den, ja, an den Ohren hier oder was das auch immer sein soll, Ausfräsung, sitzen dann da die Schraubenköpfe in der Richtung. Wir schauen uns aber erstmal hier die Airflow an. Wir können auch hier das Ganze herausnehmen. Indem wir hier mit einem Gegenstand einfach hier mal reinstechen und dann kommt hier unten diese Glocke heraus. Die ist auch nochmal mit einem O-Ring hier oben, wird das gehalten. Ja, die Luft kommt jetzt hier von der Seite hier rein, auch von der Seite und wird dann eingeführt in diese Glocke hier oben. Ich weiß nicht, ich glaube, ihr könnt das jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Ja, vielleicht doch. Da ganz unten am Ende des Kamins sind so Schlitze hier. Da wird die Luft eingeführt, links und rechts. Und geht dann hier innen an der Kammer entlang vorbei. Das heißt, wenn diese hier drin ist, die Kammer, dann kommt also hier außen herum die Luft. Ja, das fixiert sich natürlich. Dann ist es ausgemittelt, wenn es zusammengeschraubt ist. Hier am Rand die Luft vorbei und tritt dann hier. Ich nehme mal hier das Glas ab. Kommt dann hier in die Airflow wieder rein und dann trifft die hier auf die Coil. Wo wir gerade hier die Base in der Hand haben, schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Ja, ihr habt hier oben gleich die Schrauben, wo wir hier den Drähter einklemmen können quasi. Sind etwas, ich finde hier die Abstände ein bisschen zu groß zwischen den kleinen Nasen hier links und rechts. Hätte ein bisschen enger sein können, weil die schmalen, ganz schmaler dreht, so ein 0,3er-Draht, der flutscht da schon wieder raus. Und muss auch so ein bisschen um die Schraube den Draht legen. Wir haben hier so eine Vertiefung drin, wo wir dann hier die Wickelhilfe auflegen können, um die richtige Position der Coil zu finden. Ja, die Wattetaschen, die sind hier unten. Wir legen also quasi hier die Watte in diese Ausfräsung rein, links und rechts. Ein bisschen Luft lassen unten vielleicht noch, damit die Liquid unten schön an die Watte trifft. Aber das machen wir gleich nochmal zusammen. Ja, wir können hier die Airflow austauschen. Die haben wir ja gesehen, die ganzen Pins. Brauchen wir auch nicht die Coilfe ausbauen. Man kann also hier an der Seite vorbeigehen und das hier herausdrücken mit irgendwas, Pinzette oder Wickelhilfe, wie auch immer, was man da dran vorbeikommt. Ihr seht auch hier gleich, da ist ein O-Ring drauf. Wird also hier schön drin gehalten. Ich habe jetzt hier die 1,0er-Düse drin. Passt mir so am besten. Ja, beim Wickeln aufpassen. Hier, das Gewinne natürlich von der Watte frei halten. Hier haben wir ein Dichtring, wo das ganze Glas hier mit abgedichtet wird. Und beim Zusammenbauen schauen wir halt, dass halt hier der Pfosten, der Airflow-Pfosten quasi hier oben in diese Vertiefung reinkommt. Und dann können wir das Ganze zusammendrehen. Wir haben also hier, um das die Luft eintrifft, ja hier nochmal das eine Loch von der Seite. Und das wäre dann halt hier genau gegenüber von der Luftdüse, wenn wir das wieder zusammenbauen. Ja, ich habe mir jetzt hier selber eine Keule gedreht. Ja, das mache ich mit meinem Lieblingsdraht oder Standard-MTL-Draht, wie den ich in den meisten Verdampfern nutze. Das ist ein 0,4er-Kantal A1-Draht. Mag ich am liebsten, bringt mir der meiste, der beste Geschmack. Ja, und wir sind einfach die dünnen, die 0,3er einfach zu fizzelig. Und deswegen habe ich mich irgendwann für den 0,4er entschieden und damit komme ich am besten klar. Ich baue jetzt auch damit die Keule jetzt hier ein. Ja, ihr braucht die einfach nur hier runterlegen, hier unten auflegen. Und ja, dann könnt ihr schauen, wo ihr euch den Draht am besten durchzieht. Ja, ich mache das jetzt einfach hier außen dran vorbei, an der Seite und hier an der Innenseite. Weil wenn ich dann beides nach außen gehe, zieht er mir die zu weit auseinander. Dann haben wir nachher, ja, so eine breit auseinandergezogene Keule, ich sage mal so viel Freistrecke dann. Ich drehe jetzt hier erstmal fest. Die andere Seite auch. Den Draht natürlich entfernen. Wenn ihr den nicht abdrehen wollt, abknipsen, schön bündig. Ja, und die Wickelhilfe schön ein bisschen nach unten drücken, in diese, ja, in diese Vertiefung rein. Und dann solltet ihr die perfekte Höhe haben. Ja, und wenn ihr die Keule ausgerichtet habt, schön mittig zur Luftdüse hier, dann könnt ihr das Ganze mal anfangen auszuglühen. Ich habe hier eine Space Coil, das heißt, ich habe hier keine Hotspots hier haben. Braucht also nicht großartig drüber kratzen oder so. Ich glühle ein bisschen auf, um die Rückstände wegzumachen. Und dann kann ich das schon gleich mit Watte bestücken, wenn es abgekühlt ist. Ja, jetzt können wir Watte durchziehen. Die Keule ist abgekühlt. Und ich schneide die Watte, ja, in der Länge ab, dass ich einfach hier so über dem O-Ring quasi hier oder über den Dichtring binnen mit der Schere. Und dann schneide ich das hier ab. Das passt ja eigentlich jetzt ganz gut. Gegebenenfalls ein wenig ausdünnen, aber nur ganz wenig, weil ihr müsst ja nachher auch noch die Kanäle hier oder den Kanal voll bekommen. Also nicht gepresst, schön fluffig, wie immer. Ja, ich mache es so, indem ich hier ein bisschen Liquid auf die Watte schon gebe. Auch natürlich ein bisschen auf die Coil. Da kann man auch schon mal ein bisschen anfeuern, dass es schön einzieht. Und dann gehe ich her und, ja, mache die Watte hier, lege mir die hier in den Kanal rein. Nicht so doll reinproffen, einfach nur leicht andrücken. Das Ganze auf der anderen Seite natürlich auch. So, weil das bleibt dann einfach besser in Form, wenn schon ein bisschen Liquid dran ist. Und jetzt habe ich hier unten noch so ein bisschen offen, da kann das Liquid schon noch einfließen. Ja, und das war es eigentlich schon. Noch ein bisschen Feintuning hier. Das Auge dampft ja auch mit. Hä? Ist mit? Ne. Ah, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann sieht das so aus. Und dann könnt ihr eigentlich schon den Deckel draufschrauben. Und dann wird das hier dann schön abgedichtet. Und dann kann das Liquid schön hochgefördert werden. Ja, jetzt so zusammensetzen, wie wir schon erwähnt haben. Diesen Airflow-Steg oder wie auch immer, da oben zu der Seite bringen. Und dann einfach übereinander stecken. Und dann zusammendrehen. In dem Falle hier Waffel. Deckel wieder drauf. Mit dem Bayonettverschluss. Kurz zur Umdrehung. Und dann haben wir ihn fertig. Schrauben wir ihn jetzt mal auf den Akkuträger. Ja, wir sind hier bei 0,67 Ohm rausgekommen. Dampft das Ganze mit 12,5 Watt. Und wir sehen uns dann oben im Fazit. Ja, willkommen zurück zum Fazit. Mit dem Alberich 2 von Wavefly. Ja, also Pro und Contra wollt ihr natürlich jetzt hören. Contra habe ich keine krassen Contras so. Also es hat alles wunderbar funktioniert. Ich sage mal nur eher, welche Sachen, die mir nicht oder die ich hätte besser gefunden. Ja, was jetzt aber nicht die Funktion großartig beeinträchtigt. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, diese Stege an der Kolbefestigung, dass halt der Draht nicht so schnell rausrutscht, finde ich, hätten etwas enger sein können an der Schraube. Wenn man jetzt einen 0,3er Draht nimmt oder so, muss man den einfach um die Schraube wickeln, ein Stück weit. Weil es gibt ja andere Verdampfer, die haben engeren Abstand. Da brauchst du einfach nur die Keule zwischen den Steg und die Schraube legen und dann kann man die Schraube festlegen, das reicht. Braucht man nicht mehr machen. Aber da hält der Draht nicht. Bei 0,4er geht es so gerade eben auf der einen Seite, auf der anderen Seite nicht so, weil man kann es ja innen und außen jeweils an den Schrauben machen. Fände ich besser, wenn es ein bisschen enger wäre. Also wie gesagt, es funktioniert ja. Aber es wäre schöner gewesen, wenn es enger wäre. Also kein krasses Konter in dem Sinne. Airflow Ring außen fände ich nicht schlecht. Weil, ich meine, es ist so gut, der Dampf, die Luft, sagen wir mal, kommt relativ smooth ein. Habe ich so den Eindruck. Also nicht hart oder irgendwie. Auch kein Gefeife, kein Geröchel oder irgendwie sowas. Kommt sauber an, der Dampf. Aber man kann halt außen noch ein bisschen beeinflussen. Schon alleine durch Throat Hits. Wenn man jetzt zum Beispiel außen eine kleine Öffnung, Luftöffnung macht, kommt eine kleinere Geschwindigkeit der Luft dadurch. Also Luftgeschwindigkeit kann man da noch reduzieren. Macht dann auch schon mal noch mal viel aus. Wer den Arcana kennt, zum Beispiel Arcana 22, da kann man auch sehr viel mit spielen. Da kann man einiges mit bewirken. Aber okay, können wir hier nicht. Funktioniert aber alles. Zum Geschmack kann man gleich dann noch. Das sind so die Dinge, die ich hätte besser noch gefunden. So, jetzt aber weiter. Kommen wir zu den Pros. Ja, was ich auf jeden Fall cool finde, Bionet-Verschluss hier oben, schon mal top. 4 Milliliter finde ich auch gut. Weniger, ja, ich, also 4 Milliliter finde ich immer ganz in Ordnung. Da komme ich immer noch gut mit. Klar, bei 3 und 2, ja, bei so einem Selbstwickler finde ich eigentlich nicht so gut. Also 4 Milliliter, top. Lufteinsätze wechselbar, ohne die Coil entnehmen zu müssen. Das ist schon mal gut, ja, bei manchen anderen Herstellern ist es ja schon mal so, dass man die Coil halt ausbauen muss. Das ist halt manchmal lästig, bis man halt sein Setup gefunden hat. Das macht man auch ein paar Mal vielleicht. Und dann bleibt es ja meistens so, ne. Aber hier kann man es einfach seitlich dran vorbeigehen mit irgendwas, mit Z oder so. Da kann man die rausdrücken. Man muss aber natürlich die Base abschrauben. Das muss halt. Coil einsetzen finde ich eigentlich ganz simpel. Ja, bis halt auf die Stege, die halt weit weg sind. Aber man kann ja den Draht ja auch um die Schraube so ein bisschen drehen und dann kriegt man das auch hin. Aber ich finde, dass die Coil leicht einzusetzen ist und die Waterverlegung finde ich eigentlich auch ganz easy. Also wenn man es so macht, wie ich jetzt gemacht habe, ein bisschen Liquid drauf und dann runterlegen, schön reinformen, dann ist das also easy. Also auch fluffig, nicht zu dick lassen, so reinstopfen muss die Rundung da drin, wo die Watte in liegt, muss also vollflächig dann auch ausgefüllt sein, aber sehr fluffig wie Zuckerwatte. Dann haben wir einen Lieferumfang, finde ich auch klasse. Alles dabei, Ersatzdichtung, Ersatzschrauben, die ganzen Airflow Pins und Ersatzglas, Watte, zweimal, zweimal Coil, obwohl ich die etwas breit finde. Gerade die NI80 war meines Erachtens ein bisschen breit für einen MTLer, wo man dann nicht so viel Fettluft durchpustet, aber es sind doch recht große Luftdüsen bei. Dann kann man die breite Coil, finde ich, einsetzen, wenn mehr Luft kommt. Dann haben wir die Verarbeitung, finde ich eigentlich auch top. Also ich konnte jetzt nichts erkennen, was irgendwie schlecht ist oder scharfe Kanten waren auch nicht dran oder so. Ja, okay, hier die Rillen, das sind so kleine Schmutzfänger, das kennen wir ja auch von anderen schon, aber okay. Okay, ist das hier nicht so krass, wenn wir mal hier oben auf dem Deckel, das ist also eine breite Tiefe, sag ich mal, da kann man mal gut nur mal eben durchwischen. Geschmacklich kommen wir dann. Ja, ich hatte zuerst die 1,2er Düse drin, weil eigentlich so meine Standarddüsen sind auch in den anderen Verdampfern. Da war ich erst mal vom Zugwiderstand, also von der Luftmenge, die durchkommt, zufrieden, war so in Ordnung, so wie ich es eigentlich geil habe. Aber vom Geschmack war ich etwas enttäuscht. Ich dachte, hm, da könnte ein bisschen was mehr bringen. Dann habe ich einfach nur, Interesse halber, dann mal andere Düsen ausprobiert. Dann bin ich auf die 1mm Düse gekommen, habe die da reingepackt und siehe da, bumm, war wirklich guter Geschäft. Also ich muss sagen, wenn die Coil eingedampft war, mit der Kantal, also ganz normaler Rundrad, hat der wirklich einen guten Geschmack jetzt gebracht. Vergleichbar, ich würde ihn sogar, also im Low-Budget-Bereich, ja, also nicht High-End, aber Low-Budget-Bereich, sagen wir mal in den günstigen Verdampfern, finde ich, liegt der sogar relativ weit oben. Also ich würde ihn mit Neko und Wendi-Welt-B3 auf eine Stufe stellen. Ich habe leider den Alberich 1 nicht, also ich kann ihn ja jetzt nicht vergleichen. Da wurde ja schon gesagt, ha, der ist vom Geschmack nicht so stark, andere sagen, der ist gut. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich ihn nicht habe oder hatte. Aber er jetzt, Alberich 2, finde ich vom Geschmack her gleiche Stufe wie Neko und Wendi-Welt-B3, also Neko von Espeyer. Ja, aber das ist ja immer, jeder hat ja einen anderen Geschmack. Aber ich fand ihn jetzt geschmacklich wirklich gut und ja, er macht Spaß und ist eigentlich easy zu wickeln. Vom Geräusch her geht es eigentlich noch. Ja, man hört halt das Zischen, es ist kein Flashy, der quasi fast lautlos ist. Man hat ein leichtes Zischen halt, Geräusch von der Luft. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Aber ich hatte auch kein Blubbern oder so, dass er fast am Absaufen ist oder irgendwie so oder durch Kondens oder so, was unten an der Luftdüse hängt oder so. Habe ich überhaupt keine Probleme mit gehabt. Ja, ob das natürlich was für euch ist oder nicht, müsst ihr natürlich selber wissen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr das Video geschaut habt und ja, sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, bis der Finti wieder ein neues Video hat. Ciao. Bis zum nächsten Mal.